so nach dem Sieg in Kabao Cup möchte man jetzt mit neuer Motivation diese Spiele und da wird unter anderem Garnier jetzt mal nicht von Begern sondern Kammeritsch in seinem Ex-Gru antreten man wird hoffen das beste draus zu machen los geht's hier im Taumbag abwarten dann je und so also jawohl schöner Spielzug Kammeritsch als Geheimwaffe dann neue Motivation nach dem Sieg wird man brauchen hart Teller Teller und Son an die Stange Exeter macht Wortfort dabei gut Druck Exeter hat ein ganz großes Ziel und das ist natürlich der Klasse das ist ein Ziel das wenn man am steigen würde war das natürlich bitter und traurig wieder das ist ein das ist das das in dieser liga mal da war Wir sind auf die Sonne. billig und ab jetzt Man kämpft auf jeden Fall um das 2 zu 0, wäre es ja wichtig, wenn so ein 1 zu 0 ist und auf das schnell weg gewesen Sön Lenz Becker, Täler, Son und es geht wieder Richtung Tor Schönen Lenz Schönen Lenz Schönen Lenz Schönen Lenz Schönen Lenz Schönen Lenz mit einer gelbe Karte gegen Abate geben aber trotzdem gut gewisse Situation das ist ein das man dort machen muss so Herr Garnier hat sich nicht so von einem zig überzeugt daher der Wechsel und ein Barrett der hat sehr gut gespielt im Cabau Cup hat sich ja muss man sagen sehr sehr überzeugt auch ein Rossi der 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 dem der der Die Riesenmöglichkeit auf das 2 zu 0, die Flanke kam aber perfekt. Uh, uh, Grammeritz, Minuspunkt, so hoch, 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 10. Gerade noch gegen seine Ex-Club. Oh, kein... Schmidt kommt. 57. Minute, es ist... Oh, kein Kinderspiel hier. Ja, das nächste Spiel ist gegen Sook City. Ja, das nächste Spiel ist gegen Sook City. Amen. Und weg mit der Wuchtel. Und Sonnen. Milner. 13 Minuten noch. Erster Saison-Sieg oder nicht? Barrett. Gut weg. Becker, bisschen Platz hier. Zurück auf Schmidt. Willner, der hat da jetzt Platz, der kann da Meter machen. Willner, der hat Platz, der hat noch immer Platz. Zieht ab. Eckball. 85. Minute. Kameric. Kameric, Bicke, schwanger. 2 Minuten. Ok. 1 Minuten. Oh mein Gott, Gott sei Dank war der Absatz, das war jetzt dann wieder ein Fehl, so einer gleichen Yes, das ist so sick, in dieser Heim, ja Da fällt ein Stein vom Herzen Durch einen frühen Treffer hier Ja, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann und ein Ciao